Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir einen Silvester-Vlog aus dem Balkon. Ja, Moin, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Leute, Leute, da! Leute! Oh! Leute! Es ist schön, dass 12 Uhr nachts... Leute, 12 Uhr nachts, wie sieht man nicht alles genau? Leute, da! Seit zwei, drei Monaten kamen keine Videos. Einen Monat! Einen Monat! Entschuldigung dafür, Mann! Aber es gibt einen Silvester-Party! Ey, ich zeig mich auch, warte. Ja, auf jeden Fall. Jo Leute, was geht ab? Folgt doch unser Instagram. U2-23, 4-23, Leute! Auf jeden Fall! Folgt mein Instagram! Sind da! Auf jeden Fall! Leider ist dein Bruder's Instagram nicht aktiv. Weil mein Handy ist kaputt. Ja, ey, komm hier, komm hier! Mein Instagram, mein YouTube-Kanal ist direkt Rest in Peace! Auf jeden Fall mein Handy ist kaputt. Du musst Utku schreiben und 4x23, Leute! 4x23, 4x! Und Utku! Ja, und leider mein Bruder's nicht. Aber es kommt auch vielleicht morgen wieder zu meinem Cousin. Inshallah! Ja! Wir hoffen darauf! Ich geh zu Kunstrasen! Uh! Großer Platz! Ey, film, film, film! Ich hab gefilmt! Mach ein bisschen Zoom! Oh! Und Leute, ich geh jetzt zu meinem Bruder und mach das Video. Okay? Tschüss, Leute! Ja, auf jeden Fall Tarek! Mach du! Ich mach eigentlich! Mach du ein bisschen! Auf jeden Fall FIFA 21! Was für FIFA 21! Okay, FIFA 21 kommt vielleicht aus! Als äh, Video! Blut, 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 blut! Leute... Auf jeden Fall, da ist auch eine Bankeranzide. Leute, aber morgen kommt Headliner, das ist klasse. Und SB. Wir haben so viele Packs, Leute, auf jeden Fall! Ja, auf jeden Fall. Wir haben gute Packs, Leute. Wenn ein Bernierda, oder ein Neymar kommt, oder Arthur. Ja, ein Bernierda kommt, oder ich weiß auch nicht. Ach so ein Brasilianer? Äh. Auf jeden Fall! Ein Brasilianer? Ein Brasilianer gibt es tausende. Leute! Da, irgendwo! Das muss ein... Tschüss, krass. Das ist nicht durch da, oder? Bruder, Leute was geht ab hier, Digga, morgen ist mein Geburtstag, auf jeden Fall, also heute meine ich, ist ja 2021 geworden, also ein guter Rutsch, ja auf jeden Fall einen guten Rutsch, wünsche ich euch ein neues, glückliches, schönes und gutes, ja, also erfolgreiches Jahr für euch, auf jeden Fall, 2021 hat sie steht vor der Tür und wir sind schon reingestartet, auf jeden Fall, ich bin schon 13 geworden, eigentlich sie so wie 10 oder 11, aber ich bin 13, was Leute, Leute, Stimme kommen, da steht dann irgend, Leute, ich habe die Stimme, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich habe die Stimme, Leute, ich habe die Stimme, Leute, ich habe die Stimme, Leute, ich habe die Stimme, ich habe die Stimme, ja auf jeden Fall, die Raketen, gehen, gehen, ab, aber die Baller sehen wir nicht, ne, also die Raketen sind schon, oh, da, oh, 2001, danke, ich hoffe, es wird ein krass, ja, ich habe die Stimme, ja Leute, und, ähm, lasst ein Like da, und ein Abo, ja, Just for Friend, hier Cola am Start, ja Moin, Cola, 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 Hey Leute, Ulu da, Ulu da, Ulu da, Friend, Bester, Bester, King, Ja, 2001, und tschüss Leute, abnimmt unser Kanal und liked das, Ja, das ist ein Experiment, hier ist eine Kotze und hier sind, äh, Dingsfütter, Vogelfütter, Das sind keine Wunder, das sind Vögelfütter, also Vögel kommen hier und danach machen die so, so, essen die so, auf jeden Fall, ich habe das so cringisch gemacht, Einfach so random Vogelfütter, Jungen, hier noch, tschüss, Leute, was geht 2021 los, 2021, wir schauen mal, geht Corona weg, Ja, auch wenn nicht Corona weggeht, also Corona wird auf jeden Fall nicht 2021 weggehen, so 2022 oder 2023, wenn es eher ein bisschen mehr weggeht, also auf jeden Fall, ich hoffe, dass 2021, ähm, so Corona eher ein bisschen so weniger ist, so ein bisschen gedämmt ist, Leute, unser Kanal heißt Tade zu Jakob 21, wir haben unseren Kanallamen geändert, Leute, also nur Zinfo, Leute, und dann help, komm 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 komm! 2021! Beide muss das Beste, ja, inshaallah, ich habe auch wieder das Beste, ja! Leute, abonnet uns auf Kanal,варthomah ourflatestahylkashyahuh23, vergisst das nicht! Und vielleicht kommen auch Essensvideos. Unser Cousin vielleicht auch eine. Für bei Rights hat sich wieder해주셔서 ein Fussballvideos um . Oder wie das��at unc dare nosen Fussballvideo. Ein Fußballvideo um jeden Fall. Ripa! Uff. Weder 있을 Tenerthaus, Okay, und Leute, abonnent mal! Und alle hab schon gesagt! Leute, das kann man nicht sehen, das kann man nicht sehen. Junge, das sind so richtig, diese piepstimmige, äh, piepstimmige, äh, die, piepstimmige. Tag, 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 Heuer! Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall viel gefilmt, da geht's ab, da geht's ab, überall geht's ab, Leute, überall geht's ab. Leute, vielleicht... Vor 23, jeder ist darauf gespannt, jeder hat auf das neue Jahr und hat auf jeder gesagt, endlich ist 2020, diese scheiß Jahrende und, äh, 2021, ich hoffe, es wird ein bisschen, äh, Jahr als 2020, ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich meine Stimme so ganz gut fühle, auf jeden Fall. Und noch wünscht mir, äh, Glück, im FIFA 1 20, dass ich was Gutes ziehe, auf jeden Fall. So Headliner, so Headliner, ja, Headliner und so. Ja, hier geht's ab, ja? Und Leute, wir ändern das Video halt, das, Leute, und auf jeden Fall, ähm, lasst ein Like und ein Abo und vielleicht komm morgen dein Cousin auch ein Video und mein Cousin, mein Cousin und ich auch am Start sein, machen so ein Video, das ist echt krass, ich sag ab. Also morgen, also morgen, also morgen gibt's auf jeden Fall Fack, aber sagen wir mal, ein Geburtstag Video, was wir so, äh, im Geburtstag passiert, so wie wir so gehen, was wir machen. Oh Leute, tschüss. Ach so, bei unserem, äh, also morgen wird's abgehen. Los, letzter, letzter, tschüss. Tschüss. Ach, schau mal. Wo? Wo ist das denn? Digga, da sind die drin. Egal, ich sag, tschüss, komm. Auf jeden Fall, hier ist einfach, hier ist so crazy geworden. Ja, alles crazy, Leute, haben wir uns auch keine Ahnung schon gesagt. Und tschüss, Leute. Tschüss. Also es gab seit zwei, drei Monaten nicht mehr Videos, Also dafür ein ganz, 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 aber ganz Dankeschön. Also ganz, ganz dicken Entschuldigung, auf jeden Fall eine Entschuldigung. Und das ist noch ein Monat. Ja, das ist einfach so ein Vlog, so in dem neuen Jahr, so ein Silvester-Video. Und tschüss. So zum Hallo sagen und so Silvester bei uns zeigen, oder man. Und ja, tschüss, das Video ist so, ähm... Ich wünsche euch alles ein neues, frohes Jahr. Ich wünsche euch alle ein neues, frohes Jahr und tschüss. Guten Rutsch! Ciao, ciao!